Ich habe Ihnen gesagt, dass das weiß-gelbe Auto mit Startnummer 3 ist übrigens zweite in der Tabelle. Für Rich der Australier ebenfalls ein weiß-gelbe Auto mit Startnummer 4. Das ist im Bild gerade zu sehen. Das ist ein schönes Auto. Das Ausdruck, das einfach aussieht, wird nicht mehr ausrichten. Es macht es Sinn, dass der Auto zu arbeiten, dann an die Überschrift und die Qualifikationen konzipieren. Und jetzt wird es in seiner Zeit nichts vermessert, aber deutlich macht er mehr. Die erste Ecke ist ein Rechtsklick und das ist natürlich ein bisschen leichter und der Niederländer hat sich zwischenzeitlich noch mal zeitmäßig verbessern können. Und jetzt wird es in der Kamera rausgerült. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020